Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Video in dieser Videoreihe zum Mathematik macht Freunde Arbeitsblatt Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. In diesem Video geht es um Eindeutigkeit bis auf vertikale Verschiebung. Das bedeutet, wir werden in diesem Video die Frage nach der Eindeutigkeit von Stammfunktionen klären und nach diesem Video kannst du die Antwort auf diese Frage anschaulich erklären und die verwendeten Argumente nachvollziehen und du kannst erklären, warum es im zweiten Teil des Hauptsatzes auf die Wahl der Stammfunktion nicht ankommt. Also gut, f ist eine stetige Funktion auf dem Intervall a, b. F und G sind Stammfunktionen von f. Das bedeutet, für die Ableitungen von F und G muss gelten, dass F' von x gleich Groß G' von x gleich Klein F von x an jeder Stelle x im Definitionsbereich. Daraus folgt aber, dass die Differenz von Groß F' von x und Groß G' von x gleich Null sein muss. Außerdem gilt, dass diese Differenz gleich ist der Differenz von Groß F und Groß G' abgeleitet an der Stelle x. Das folgt aus der Differenzenregel fürs Ableiten. Dafür kann ich wieder einmal das Arbeitsblatt Differentialquotient und auch die Videos von Sebastian dazu sehr herzlich empfehlen. Für uns ist hier jetzt besonders wichtig, dass daraus folgt, dass die Funktion Groß F minus Groß G' an jeder Stelle also die Steigung Null hat. Und wenn eine differenzierbare Funktion an jeder Stelle die Steigung Null hat, so ist diese Funktion konstant. Anschaulich ist diese Aussage sehr schnell klar. Mathematisch folgt sie aus dem Mittelwertsatz der Differenzialrechnung. Wenn dich das näher interessiert, auch hierfür haben wir ein Arbeitsblatt. Es gilt also, dass Groß F von x minus Groß G' von x gleich einer Konstanten C ist. Und das können wir umformen, sodass wir dann dastehen haben, Groß F von x ist gleich Groß G' von x plus dieser Konstanten C. Anschaulich bedeutet das, dass sich die Stammfunktionen einer stetigen Funktion klein f nur um eine vertikale Verschiebung unterscheiden. Das bedeutet, hier haben wir die Graphen dargestellt, in rot den Graphen der Funktion klein f und in grün und blau zwei verschiedene Stammfunktionen von klein f, die sich überall genau um 10 unterscheiden. Genau um diese vertikale Verschiebung ansonsten sind sie genau gleich. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich jetzt noch kurz eine Frage erneut aufgreifen, die wir uns vor ein paar Videos einmal gestellt haben. Und zwar ging es um dieses Fenster hier und um die Frage, warum hängt das Ergebnis nicht davon ab, welche Stammfunktion wir wählen. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit und ein kleiner Tipp, bastle einfach eine Stammfunktion Groß G von klein f mit Groß G von x ist gleich Groß F von x plus c und verwende diese in dieser Aufgabe. Was fällt dir dabei auf? Gut, ich habe in der Zwischenzeit auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Zur Erinnerung, wir wollten hier jetzt Groß A berechnen. A war genau das bestimmte Integral in den Grenzen Minus 3 und 1 von klein f von x dx. Und wir haben hier damals eine Stammfunktion Groß F gefunden, mit der wir das berechnen konnten. Und nun wollten wir noch einmal zeigen, warum es auf die Wahl der Stammfunktion tatsächlich nicht ankommt. Also nehmen wir jetzt einmal unsere neue Stammfunktion Groß G und setzen hier ein. Also rechnen wir Groß G von 1 minus Groß G von minus 3. Das ist aber genau gleich Groß F von 1 plus c minus, Achtung, Klammer auf, Groß F von minus 3 plus c. Und was passiert jetzt, wenn wir die Klammern auflösen? Dann ändern sich hier die Vorzeichen und das c fällt weg. Und dann haben wir hier nur noch stehen Groß F von 1 minus Groß F von minus 3. Also eh wieder das gleiche, das wir hier auch schon hatten. Also offensichtlich hängt das Ergebnis wirklich nicht davon ab, welche Stammfunktion wir wählen, da sich verschiedene Stammfunktionen ja nur um so eine Konstante, also um eine vertikale Verschiebung unterscheiden können, die bei dieser Differenz ohnehin wegfällt.